So, ich bin 275er pro Zimmer gekommen, und das ist dann hier der Wiesbarnow, Appadio! So, von hier geht's dann, ich glaube, Glück, und das Badhaus, die Richtung. So, hier ist unser Standort. Wir gehen jetzt hier in die Richtung Markt, und dann wieder zurück. So, hier ist so, dass er im Fernsehen hier auch war, so mit Seile. So sieht's aus in die Spahn. So, da hinten, genau da, ist da die Spahnradbahnhof. Da hinten ist das Rathaus. So, hier geht's dann zu den Kuranlagen, in 18 Minuten ist man da. Die Richtung hier bei der Aspitz zum Rathaus. So, das ist die Ringkirche. So, hier Wiesbarnow Volksbanken, eine Gewerkschaft. Der Warschmitglied, einer Zeit. So, die Brandelstraße, in der Halle. Ah, da ist der Bude. Nach Dürlitz, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg. Flugpartner. 50 Kilometer. 575. Von hier aus, vom Rathaus. Wiesbarn. So, hier ist dann der Rathaus. Und hier ist dann der Landtag. Der Ver Shootersky. Wiesbarn. Wo war die Wilders? Wo war die Mit一定要 haben? Kuss had 만들어. Haben echt Mohammed. Sie sind hier? 님이 nur 1,800er�� outra. Die Verarsch也verte kritisch habe ich mich nicht nicht hugge auf. So, das ist jetzt wieder die schöne Altstadtambiente. Mal schauen. Da ist die kleine Langgasse hier noch dabei. Schönes Ambiente. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann ist alles ein bisschen Mischmacht, Prager, ein bisschen Pariser Touch noch dabei. So, dann ist alles ein bisschen Mischmacht. 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 Aha, das ist der starteste Auto hier. Die wissen fast, was die hier an der Türbeizung sind, weil wir nicht erst, wenn ich den Krebs an den Tag gebrochen habe. Der nächste Fall ist es auch noch. Da fahrt man so ganz zu lassen. Guck mal an. Da läuft halt eigentlich doch ganz gut. Das geht nicht. Das hat doch alles normal. So, da ist jetzt das Kurhaus mit den ganzen Thermen. Das schaut man gerade so. Da hinten wo der jetzt das Auto hinfährt. Da ist es. Interessanter, komplexes Kurhaus hier. Okay, Nassau. Die Jahreszeiten. Da wo jetzt die Tochtungsspitze ist. Da gehen wir jetzt in die Richtung Wein. Und zum Hauptbahnhof. Eine halbe Stunde. Die Wilhelmstraßen, das ist hier. An sich das wichtigste. Bezeichwort Schlotzplatz. Oder Schlossbörcher. Marktbörcher. Rater als Schiffchen. Hauptbahnhof. Also hier in die Richtung Wilhelmstraßen. Genau gegenüber vom Theater. So, die größte Kuckucksuhr der Welt haben wir auch noch gesehen in der Schweiz. Na, wenn das nicht ist. Jetzt suchen wir. So, jetzt müsste der Landtag sein, wenn es nicht reicht. So, jetzt wieder dieser imposante Giebelbemahnung hier. In Däumchen sind wir ganz genau gelaufen. Gelaufen. Heutzischer Landtag. Schlosskirche. Rathkaller irgendwie. Wie geht's am Schlossplatz dann Richtung Radbahnhof. So, jetzt sind wir wieder am Rathaus. Wie geht's eigentlich hier an? Ich gehe wieder zum Radbahnhof. Zurück. Ich glaube, da hinten sieht man schon. Ganz, ganz hinten hier durch dieses Gebäude. So, also genau gegenüber dem Staatstheater geradeaus. Circa 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie man drauf ist. Wieder am Hauptbahnhof. Hinzunehmen ist dann der Busbahnhof. Also man kann in Wiesbaden nicht viel verklappt machen. Also man kann hier schließlich wirklich nicht verlaufen. So, Hauptbahnhof. Auf dem Bahnhof. Über den Adlerheadstraße. Über die Bahnhofstraße. Dann zum Stadttheater. Im Torhaus. Und dann hier aus dem Bahnhof-Haus. Das ist dann wieder zurück. Und die Jogos. Genau die. An der Stelle. In der Mitte. In dem Gebäude.